Herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Folge unseres in der Summa Eleven Co. Lichter Space, ich bin Rektalin, ihr schaut wie Play Games, so you. Fortsetzen. Und zwar ist heute der große Tag, wir treten mit der Mädchenmannschaft an. Der ein oder andere wird sich schon gefreut haben. Die da ab, der Peter. Wir testen die Damen einfach mal aus. Ja klar, der ist bereit, logisch. Wir kriegen die Sternenwandler. Es wird hart denke ich, richtig hart. Okay, soviel zu dem Thema. Haben wir da was? Digi Scan. Nicht so gut wie das Herzengeld, das hätten wir uns denken können. Hätten wir gewusst, dass er das einsetzt. Der hätte aber auch ganz tief in die Make-Up Tasche gegriffen. Tja, manche sind halt auch nicht so gut, sage ich jetzt mal. Okay, okay. Danke Angler. Oh nein. Ich glaube, da kriegen wir richtig auf den Sack. Ja, Tor. Bitter ey, bitter. Nicht aufgeben. Ja, das sagst du so einfach. Wir werden hier einfach kaputt gepätselt. Wir haben keine Kampfgeister. Gut. Also auch das ist keine Option. Digi Scan. Sehr gut. Kommt Mädels. Lasst euch nicht so unterbuttern. Die kann aber auch überhaupt nichts. Nochmal Digi Scan. Wieder Fersengeld. Nee, nee, nee. Nicht so gut hier. Grundsätzlich mit der Mannschaft bin ich ja nun für sich recht zufrieden. Muss ich sagen, da brauche ich nicht unbedingt neue Spieler jetzt dazu zu nehmen. Oder Spielerinnen. Wir müssen nur gucken, dass wir die richtig aufbauen. Sag ich jetzt mal. Oh, das war ja fies. Sehr gut. Wir versuchen mal was. Und zwar Taktik mäßig. Was geht da ab? Momentaner Schlag. Einfach nur mal Test halber. Ausweichen. Klappt natürlich nicht. Wir müssen denen auch Techniken beibringen. Komm Jade. Nicht gut genug. Was machen die denn da für einen Scheiß teilweise? Oh, sieh. Mann. Die alte Trantüte. Okay, krebschen. Bitter. 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 Kann ich dazu nur sagen. Den haben wir kaputt gemacht. Top Spinnhaken mal ausprobieren. Normaler Schuss. Den wirst du ja wohl halten hoffentlich. Da haben wir von der Arena Hilfe bekommen. Durchsetzen. Oh, Sonnenstrahler. Alter. Was gehts aber los, ne? Wow. Oh, scheiße. Halbzeit. Die führten ja nur 1-0 im Moment. Das müssen wir irgendwie hinbekommen. Kretschen. Oh, alter Schimmelkäs hier. Stoppt doch keiner. Macht sie fertig. Oh, Mann. Doch nicht in den Bauch, Mann. Das ist unfair. Faul. Richtig so. Guter Schiri. Feuersichel. Das klappt. Dann gucken wir, dass wir den Ball nach dort vorne bringen. Ausweichen probieren wir mal. Scheiße, Mann. Ich konnte auch nicht direkt weiter schießen. Ich habe es ja probiert. Gretschen. Gretschen. Nochmal Gretschen. Klappt natürlich nicht. Harmoniebombe. Wirbelspringt, das hat er schonmal gut geklappt. Bisschen wie ein kleiner Aryan. Abblocken. Oh, scheiße. Komm, ein kleiner muss da herkommen. Und jetzt macht er einen Schuss. Schallmauerschock. Komm, 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 komm. Vielleicht können wir ausgleichen. Komm, Jade, Jade, Jade. Na, da haben wir auch keine Chance. Also Jade ist unsere beste Stürmerin. Und wenn die den Ball nicht reinbekommt, ist es eh Schicht im Schacht. Wollen wir gar nicht nochmal antreten dann gegen die direkt. Kometen-Kombo. Vielleicht gibt es einen Foul. Könnte eventuell sogar Elfmeter sein. Gretschen. Boah. Abblocken. Kriegt doch Abby nicht den Ball. Kretchen. Guckt immer Fußball, lernt aber nichts dazu. Selja. Oh ne, schon wieder eine Harmoniebombe. Wir werden quasi kaputt gekuschelt mit der ganzen Harmonie. Gretschen. Noch ein letztes Mal Fersengeld. Als Demütigung. Gretschen. Ne, das haben wir bitter verloren. Ärgert mich. Abblocken. Wir müssen eh nicht mehr großartig was machen. Das Spiel ist zu Ende. Ja, haben wir verloren. 1-0 zwar nur, aber irgendwie Torschießen ist auch bitter irgendwie. Weiß ich nicht, kriegen wir nicht hin. Verloren. Kriegen wir auch keine Epionics. Ist natürlich supergut. Ja. Ich bin begeistert. Ne, wisst ihr was? Machen wir was anderes. So, bevor wir hier weitermachen. Gehen wir mal ins Haus Windsor. Und gucken nach der Fußballtour vom Hawk. Gucken was die so kann. So. Goldene Mitte L. Machen wir. Einen guten alten Story Team. Touchband ist bereit. So. Spielen nur mit einem Stürmer. Die Gegner. Sieht ja gut aus, wenn ihr oben euch das mal anguckt. Durchsetzen probieren wir. Hat geklappt. Dann halten wir auch mal direkt drauf. Ballistenbomber. Man weiß ja nie. Okay, es wird versucht abzublocken. Mit einem Stängel in der Fresse. Ist abgeschwächt worden aber nur zum Glück. Gucken was jetzt der Torhüter macht. Der kann nicht halten. Das gibt ein Tor. 1-0. Wunderbar. 1-0. Getroffen. Ah Junge. Jetzt holen sie die Kampfgeister raus. Das lassen sie sich nicht gefallen. Uh. Durchstarter. Na von mir aus. Noch ein Kampfgeist. Jetzt geht es los. Uh. La Femme Fatale. Oh. Wollen die mich verarschen? Energienetz. Wir könnten auch mal den Sandmann rausholen. Damit wir keine Fouls bekommen. Das wäre vielleicht nicht schlecht. Würdet ihr gerne auch die Animationen in so richtigen Begegnungen abschalten? Weil, also was heißt abschalten? Ihr könnt ja die abbrechen, wenn ihr 5 gegen 5 spielen zum Beispiel. Aber hier in solchen 11 gegen 11 Begegnungen nicht. Würdet ihr das wiederum auch gerne in diesen Begegnungen können? Oder ist euch das egal? Aber ich würde es gerne auch hier abbrechen können. 2-0. Das ist schon mal gut. Und vor allen Dingen 2 Weitschüsse die reingegangen waren. 3-0. 2-0. Klappt nicht, schade. Recki. 3-0. Dunstwirbeln machen wir dann. an. Sehr gut. Das läuft. So, wieder ein Weitschuss. Ballistenbomber. Sehr gut. Da wird abgeblockt, hoffentlich nicht zweimal. Abgeschwächt. Sieht ein bisschen aus wie ein Rasengarn von Naruto. Aber auch der Ball geht rein. Torhüter, der ist richtig mies. 3-0. Schon über 50% von unserem Soll erreicht innerhalb der ersten Halbzeit. Vielleicht hätten wir mit der Mädchenmannschaft gegen die spielen sollen. So, aber wir dürfen halt nicht vergessen, wir sind hier richtig gut mit der Story-Mannschaft, logischerweise. Das sind ja unsere altgedienten Hauldegen. Super gemacht. Und jetzt hältst du auch nochmal grad drauf. Wunderbar. Läuft doch, Jungs. Läuft. Direkt aufs Tor. Der versucht's auch schon wieder gar nicht. Sehr gut. Dann holen wir mit Lucian noch die schwarze Dame raus. Oh, fuck. Komm, komm, komm. Pass bloß auf, bla bla bla. Übliches Geblänkel. Gretchen. Sehr gut. Schwarze Dame kommt jetzt dran. Und einfach mal drauf gehalten. 5-0. Sehr gut. Jetzt haben wir in der ersten Halbzeit schon unsere 5-0 geschafft. Bin begeistert. 5-0. Hihihi. Sagt er nur. Hihihi. Starten. Gretchen. Diesmal nicht geklappt. Komm, Rikki. Na, das würde ich ehrlich gesagt nicht. Guck mal, dass wir hier hin passen. Weil ich gehe davon aus, so ein Zwirbel. Ja, hat auch geklappt. Ist natürlich ein super Skill. Gar kein Problem an der Stelle. Ordentlich. Na, jetzt sind wir einfach umgetreten worden. Abglocken probieren wir mal. Klappt natürlich nicht mit auf die Kuss als Gegner. Wo ist der Latte? Erste Halbzeit ist rum. 5-0 haben wir schon geschafft. Jetzt heißt es im Grunde genommen nur kein Tor mehr bekommen. Wir können ja ganz fies sein jetzt. Nun, das sind wir auch, denke ich. Was ich damit meine, seht ihr gleich. Zwar holen wir Majin raus. Nun ist die Sache nämlich gegessen. Wie er sich freut, ey. Abloggen. Und vom eigenen Bumerang-Lupfer geschlagen. Das ist ja die Haustechnik sozusagen von ihm. Oh, das wollen wir nur ablocken. Dunstwirbel. Ja, funktioniert. Ist stärker. Sehr gut. Komm. Ach, Rioma, du musst schon weiter hier zum Tor ziehen, wenn wir was drauf schießen wollen. Katana Kick. Oh, komm Junge. Wir wollen ja. 6-0. Rioma hat mal wieder ein Tor gemacht. Supergut. Weiterspielen. Starten. Kretchen. 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 Und ruft da jetzt. Hier komm ich nächste Tor. Mir kommt es so vor, als hätte der gegnerische Torhüter nicht eine einzige Torbartechnik. Schon wieder. Nix gemacht. Rioma mit einem Doppelpack muss auch mal sein. Weiterspielen. Das Problem ist, bei der Mädchenmannschaft aber auch, wenn sie jetzt noch keinen einzigen Kampfgeist haben, dann müssten wir quasi Kampfgeistmünzen, falls wir mal welche bekommen. Opfern, damit die überhaupt welche bekommen können. Und das ist ja nicht Sinn der Sache letztendlich. Wir wollen ja hier eine Topmannschaft kreieren eigentlich. Beziehungsweise eigentlich, lass mich mal kurz die Situation analysieren. Ne, das wäre scheiße, wenn wir da hinpassen zu Lucien. Kometen-Kombo. Fehlschlag sogar. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ablocken. Okay, den Ball kriegen wir wieder. So, und die Onyx schwingen. Letztes Tor wohl. Sehr gut. Ich bin begeistert. 8 zu 0. Bam bam bam. Grätschen. Ausweichen. Grätschen. Hat nicht geklappt. Dafür ist aber Lucien gleich in zweiter Reihe. Abgeblockt. Lauf. Lauf. Lauf, Victor. Boom. Nochmal die Schwinge. Super gut. Wenn wir Glück gehabt haben, der andere war uns schon auf den Fersen. Heute ist der Doppelpack-Time, habe ich das Gefühl. 9 zu 0. Wunderbar. Start. Kätschen. Läuft, läuft. sehr gut. Machen wir mal einen Donnerschlag. So, was können wir noch machen? Haben wir mal einen Feuer-Tornado. Gucken, ob der auch noch reingeht. Dann hätten wir jetzt 10-0 gemacht. Fünf Tore pro Halbzeit. Muss auch erst mal einer nachmachen. Sehr gut. 10-0. Wie ist denn euer höchstes Ergebnis, das ihr bisher rausgespielt habt? Wie viele Tore habt ihr geschossen? Wichtig ist, es muss ein Spiel gewesen sein ohne Gegentore. Und ohne Elfmeterschießen. Und was hat man mal bekommen? Eigentlich ist ein EP immerhin. So, das war doch ganz gut. Dann speichern wir an der Stelle mal. Ich bedanke mich für's Zusehen und sage tschau tschau bis zum nächsten Mal.